Und da ist sie auch mit groß geworden, ne? Und da sagt sie, und jetzt soll ich ganz ohne Tier, ne? Ne, der hat unser neulich mit, der war so lieb, weil, ne? Er guckt dann immer, wo wir hingehen. Ich musste einmal zur Tür, das war natürlich für die Tür, da kam sie nicht ab. Das macht unser aber auch. Und dann wusste ich nämlich auch nicht unbedingt, die ist überall nicht zu weg, klar, wenn dann so ich das halb anzunehmen. Ja, aber die Tochter hat selber, die haben Berner-Sendung, von daher riecht sie auch hier an. Aber ich war an, die letzte Woche war ein Einzelnen, hat er nicht geheißen. Ja, aber der ist mir noch bei den Jugendfreundchen. Vielen Dank. Vielen Dank.